Nach Iris und X27, Vorwurf, Peter trifft Fremd-G-Vorkehrungen. Peter Klein hält sich nach Iris, 55, Vorwürfen an strikte Regeln. Der gelernte Maler reiste vor wenigen Wochen mit Lucas Cordalis, 55, nach Australien, um seinen Schwiegersohn im Dschungelkamp zu unterstützen. Doch während der Dreharbeiten gibt es im Versace-Hotel aktuell viel Drama. Der Grund? Seine Frau hatte ihm vorgeworfen, sie mit Jamila Robes, 55, Begleitung Yvonne Wölke, 41, betrogen zu haben. Nach den Anschuldigungen geht Peter nun offenbar auf Nummer sicher, er soll der Schauspielerin unter anderem verboten haben, Fotos mit ihm zu posten. Das berichtet nun zumindest Bild. Aus Produktionskreisen heißt es, der Stiefvater von Daniela Katzenberger, 36, habe der 41-Jährigen bei einem Treffen das Handy weggenommen, damit sie keine Bilder mit ihm posten könne. Er hat ihr verboten, Fotos von möglichen Treffen zu machen und online zu setzen, meinte ein Insider zu wissen. Zudem soll Peter nach dem ganzen Drama nun extra nicht mehr zusammen mit Yvonne im Fitnessstudio trainieren. Erst vor wenigen Tagen hatte die ehemalige Alarm für Cobra 11-Darstellerin im Interview mit RTL klargestellt, dass zwischen ihr und dem Lackierer überhaupt nichts läuft. Ich finde es schade, dass mir so etwas angedichtet wird, meinte sie. Yvonne habe einfach ein gutes Verhältnis zu Peter und verstehe sich super mit ihm.